Hallo, ich bin Kira und ich bin El. Es sind noch Einstellungsprobleme. Wir spielen Pokémon Colosseum Blau! Wolltest du nicht vollstellen? Wolltest du nicht vollstellen? Wolltest du nicht vollstellen, weil du blablabla Ja, ich bin El. Dass ihr nicht wusstet. Und? 8,08€ Die Geschlechter läuft gut. Hab ich gehört, Text? Hey, guck dich nicht, Alter. Hey, guck dich nicht, Alter. Ja, hm. Was soll man noch sagen? Texte oder Scheiße. Hey, YouTube Partner! Kennt ihr eigentlich auch. Wolltest du ein Hellling, oder? 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 Wolltest du ein Hellling? Wolltest du ein Hellling? Ja, Kira sucht sein Handy. Find ich vielleicht ein El. Seine Taschen? Wolltest du nicht nach oben nimmst. Wolltest du dich an? Wolltest du noch gut nimmst? Ja, aber du hast mal wieder so getroffen, aber hast mal wieder sein Handy aus. Warum das? Warum Bananenton? Ja, Leute! El. Kira. Du lest noch. Du lest noch. Du lest noch. Ja. Ich ruf mal jetzt. Kira. Kira. Du musst auf den letzten, glaube ich. Oder die letzten. Mach weg. Ich hab so einen Klingelton gerade dran. Leg auf, Mann! Leg auf! Ich hab vergessen Klingelton zu wechseln. Was heißt das? Ich hab vergessen Klingelton zu wechseln, Mann! Was ist das für ein Handy? Keine Ahnung! So ein Handy drauf! Du hast dir kein Handy gegeben. Aha! Da, 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 da! Boah! Oh, ich hasse! Weiß er wirklich nicht auf Taxi? Ja, Taxi und El. El, jetzt kriegst du dich auf. Ja, klar. Wann ist er denn da? Das ist so schock. Hahaha! Hahaha! Hm? Ich hab's jetzt zu pahnen, Mann! Hahaha! Oh, Falterknecht. Das ist ja auch ein Superstarfleisch. Was? Wie Superstarfleisch? Du brauchst nicht arbeiten. Was? Ich bin auch... Ah, der liegt so auf der Völkern. Ich wollte das nicht. Ich weiß einfach den. Ich mach... Ich geh mal studieren, aber ich auch die im Monat. Im Monat? Aha. Was ist das für mich? Du hast schon mal so gegessen, oder? Wer? Ist doch voll ernstig da, oder? Wie lange? Da hab ich nicht mal angenommen. Hier hat er noch einen. Hier hat er noch einen. Jetzt kommt noch Kisi hier. Warte, Rikker. Ja. Wer ist eigentlich der Boss? Keine Ahnung, auf der 40er oder so. Nein, hallo, nein. Das ist nicht der Boss. Der Boss hat unsere 50er. Rikker, Rikker. Rikker, Rikker. Ok, ja. Was? Na, Klamm gerade. Klamm gerade, ok, genau. Klammen rot. Macht alles hart. Oh, Baby. Ja, ich hab's noch nie bei dir. Ich danke dir. Was für die denn? Ich würd's dir halten an, das verstärbt die. Nein, nein, nein. Ey, die Gegner... Oh, Mann. Ey, die Gegner sind so schlecht. Die Gegner sind so schlecht, oder? So weit. Ich hab's schon mal die ganze Zeit noch nie mal funktioniert das. Echt? Ja. Fehler vom Führer. Ich hab's schon gesagt, dass du Fehler klasst. Ja. Willst du auch überholen? Wild Attacke ist normal. Ja, wisst ihr euch merken. Immer noch normal. Ja, jetzt entwickelt ihr sich gleich. Leute. Taxi entwickelt sich. Taxi. Ich schick dir das Video, damit er sieht das zu dir. Zu dir zu Partner. Nein. Nein, Taxi ist keine Zuhause. Was machst du? Ne? Taxi ist keine Zuhause. Alles. Ich schick dir das. Die haben mir so Taxi gemacht. Das macht das. Viel Spaß. Das macht das. Ich kann's ja Pause schicken. Wie ist er? Ey, wie ist er? Wie ist er? Du bist ja gar nicht aufgefallen. Kira, ey? Du brauchst ja gerade einen Freude, glaube ich. Oh, scheiße. Ne, du. Ich bin mit dem Pokeball. Der Trainer ist der Kira. Ja, stimmt. Nein, Kira-Man nicht. Kann ich abbrechen? Nein. Nein, lass mich mal. Oops. Oops. Hahaha. Hinde, wie kann man das? Hahaha. Hahaha. Ey, hier ist ein Päsch, wach. Hahaha. Hahahaha. Egal, mach weiter. Hahaha. Hahahaha. Hopsi. 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 Wahrlich, mat tote. Komm mal schauen. Geräusche. Nichts. wait... Lach. Okay gleich, lass dich entwickeln. Hahaha. Hahaha. Hat sich das genug angewagenster Banken. Haha. Like ich eins auf meinenロosa Banken. Hahaha. Was glaubt denn? Finale! Oh ist der dumm! Oh, ich war das nicht der E-Gang! What the fuck! Oh ist der dumm! Ich krieg's ihm mehr Prozent! Ja, doppelte Prozent! Warte gleich noch mal, ne Schöpfe! Zurück! Du? War... Das denn? Das denn? Komm das denn! Zeig uns was du kannst! Das denn? Wie? Schon wieder weiß! Was? Das denn? Ist er bei deinem Display auf? Ja Ist aber gar nicht... Ich guck dir unser Videos an! Ich guck dir lieber ein Flammrass! Ja! Scheiße! Oh! Ich mach Schaufler an! Meinst du sie treffen sich dann? Ja! Ich kann eh nicht noch knopfen! Ich muss mich auf den Flammrass gucken! Siehst du? Bäm! Ich kann noch mal in den Flammrassnack. Jetzt hab ich doch kein Flammrass! Ja! Schon wieder! Schon wieder! Schon vorher der gleiche. Ey, das ist doch langweilig. Ah ne! Der ist gerade erst! Ah ne! Der reibt genug! Ja! Ich wollte eigentlich was anderes wie das Planrad, aber meiner ist gerade der zuerst! 4-6-4-4-5-5-5-5-7-8-4-7-8-6-8-7-8-8-8-9-9-7-8-9-9 Was ist das für mich? Ich bin nicht mehr für uns. Kann ich mir eine Kv象schule machen? Ja, aber das macht es an mir tatsächlich an. Das ist für mich. Echt zu tun? Der ist schul-Elf geworden, so wie der ist. Vielleicht? Vielleicht? Ja, der möchte warm. Sauber. Ich geh jetzt eben heim. Ohne Zyana, keine Chance. Ich bin wahrscheinlich nicht richtig. Ja, wann liegt das bloß? Entwicke dich endlich! Los! So, mach's doch! Los, komm, einschleigen! Da ist der Fester. Den müssen wir jetzt gleich besiegen, der ist ein Endfake. Der ist sowieso so übertrieben gute Pokémon. Wo schaut man das? Vielleicht. Ich bin ein Glück da ab. Was ist denn von dir? Ich muss noch mal versuchen. Noch mal, noch mal, noch mal. Nur der Typ hat den nicht. Der ist stärker als Boss. Gut. Hat nicht der Boss der Pokémon? Hä? Hat nicht der Boss der Pokémon? Boss? Ja. Der End-Boss war der ganz am Schluss? Ja. Desportal. Das war's. Und Metacross. Was war's? Und noch andere gute Pokémon. Ich bin nicht mehr dabei. Auf jeden Fall ist das ein Schlussrecht. Alle Crypto oder nicht alle? Nein. Nein, die haben ja nur eine Crypto. Nein, die haben ja nur eine Crypto. Nein, das war zwei, aber wir haben sie nicht. Auch mit XC, weil alle Crypto. Ja, aber Crypto bei XC ist auch wieder neu. Hier kommen die nächsten Gegner, haben alle erst nur eine Crypto. Nicht zwei. Nicht hier mit Ende unser Pokémon, deswegen sind wir hier am Ende angekommen. Dank fürs Zau... Wie viel hast du schon? Hä? Ja, zu elf Eier. Ja, Leute, hier beenden wir mal bis zum... Ja, jetzt schon. Elf Minuten? Jetzt beenden wir schon mal bis zum nächsten Mal. Nein, bis zum nächsten, ja. Ja, genau.